Drei, zwei, eins. So, Luca startet los mit einem Gewicht von 40 Kilo. Und schafft diese auch. Sie hat jetzt noch mit. Drei, zwei, eins. Nathalie, 37,5. Und schafft auch dieses Gewicht. Drei, zwei, eins. Maira, 40 Kilo. Und schafft auch das Gewicht. So, jetzt haben wir noch mal 30 Sekunden Pause. Und dann geht es wieder auf der rechten Bar mit der Start-uperei. Luca tiefs weiter mit Quatschung Nr. 2. Zwei, zwei, eins. Zehn Sekunde. Drei, zwei, eins. Luca, der nächste Versuch, 42,5. Leider nicht geschafft. Und beim zweiten Versuch schafft sie 42,5. Nathalie jetzt mit 45 Kilo. Reduziert auf 40 Kilo. Und schafft das Gewicht. Und schafft dieses Gewicht. Maira mit 45 Kilo. Und schafft das Gewicht. So, dann geht es wieder. Drei, zwei, zwei, eins. So, ihr habt den Arm jetzt wieder. 30 Sekunden Pause. Und dann geht es weiter mit der letzten Runde. Der dritte Versuch ist alle bereit. Und dann geht es wieder auf der Halte. Und dann geht das wieder. Alles geht wieder hin. Und dann geht es wieder los. Auf der Bank rein. Fünf Sekunden. Drei, zwei, eins. Luca mit 45 Kilo. Und schafft das Gewicht. Drei, zwei, eins. Nathalie mit 42,5 Kilo. Und auch sie schafft es. Fünf Sekunden. Zehn Sekunden. Drei, zwei, eins. Mayra mit 47,5. Erster Versuch nicht. 20 Sekunden. Genau, noch mal ein bisschen anfeuern hier, damit sie die 47,5 schafft. Drei, zwei, eins. Drei. Erstl, drei, eins. هم raus. Ich erwähne not. Vielen Dank.